Heute hier, Geldhausen an den Hanken, was da hinten ist. Ob das funktioniert? Ja, schauen wir mal. Ich bin jetzt den Hügel hier mal abgeflogen. Man freut sich schon, wenn es steigt, muss ich sagen. Ich habe mal schon 150 Meter verloren. Ich habe mich wieder ein bisschen runtergearbeitet. Ja, also oben geht es irgendwie tatsächlich ganz okay. Okay, das wird langsam wirklich tief. Ich glaube, ich nehme mir mal den Motor zur Hilfe. So, falls wir uns hören, was haben wir gelernt. Oben ist besser als unten. Ganz klar, das ist gut, einfach mal oben zu bleiben. Ähm, unten ist ***. Okay, ich bin jetzt wieder hier auf 650 Übergrund. Und, ja. Naja, also vom Prinzip her, ähm, es geht schon. Man steigt. Ich meine, okay, jetzt hier 600 Meter. Der Hügel ist vielleicht 200, würde ich jetzt mal schätzen. 250 vielleicht. Da ist oben auch sehr viel mehr Wind. Und wahrscheinlich ein bisschen abgeschattet. Ja, äh, mal einen Check. Ich bin jetzt mal. Ja,굳 Wunderbar soweit. So, ja, hat Spaß gemacht, vielen geilen Haus. Das war der Motorflug nach Hause, ähm, ja, ähm, war ganz witzig, ganz ehrlich. Der Motor ist gerade noch in Kühlstellung, ja, alles wunderbar. Bei dem Wind hier oben, keine Ahnung, man kommt nicht wirklich vorwärts, weil ich muss gegen den Wind heim, aber, ja, geht. Hat mich jetzt ein bisschen hochgeschraubt, fliegt den Rest einfach haut da. So, ja, geht's. So, ja, war witzig.